Und da sind wir wieder. Wir sind immer noch auf der Brücke und sind hier erst mal schön am aufräumen. Noch mehr? Ja, komm meine Kinder. Schmeißt doch das gute Teil nicht weg. Oh, da ist einer pisst. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Gefincht, gefincht. Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Oh, da war einer richtig angepisst. Oh, das sieht nach Whitechapel aus. Oh, da bin ich, ja. Ja, mal gucken. Mal gucken, ob wir die... Alter Schwede. Gucken, ob wir die indische Frau finden können. Absintheit. Gendia. Zum vergessen. Jawohl. noch rein. Richtig. Immer rein damit. Gendia. Da ziehen wir nachher umso besser. Gendia. Ritter. Oh. 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 Gendia. Oh. Oh. Gendia. 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 Sie sehen aus, als könnten sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Ab nahat dare ni chikaro. Devi? Wenn es sie beruhigt, lassen sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen, nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen privateren Ort. Na mal schauen, wie privat das denn werden soll. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der Allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Harter Tobak. Ihre gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen Sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin. Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin. Wir sind uns ähnlicher als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam. Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein. Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Überzeugung mit Waffengewalt. Ja. Es gibt Schlimmeres als den Todritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaboratöre. Und Sie erwarten von uns? Einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt Ihre Geheimnisse. Selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse. Ich hab keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben Recht. Um Ihretwillen. Ha. Klare Ansage. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem. Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Löblich. Joo, wie war das? Sure war das. Bir wäre es wichtig, als die Woche zu Pardoner. Es geht mir keine Unterricht. Gröblich. Es gibt Ihre Sorgen. Na Izzy, was machst du hier? Ray, was für ein Spiel spielst du? Da ist noch jemand, der pisst. Das gute Zeug. Hm, du missverstehst das, glaube ich. Und wir sind wieder dabei. Was wissen Sie über die Reihenblüter? Die Vorfahren der Halbblüter? Ein uraltes Volk in diesem unnatürlichen Zustand geboren. Die Stütztruktur ist angestürzt. Hier! Oh, wie ritterlich! Halt dein Maul! Ich habe in Jehansi gegen Sie gekämpft. Die Vereintes Indien-Kompanie ist Ihr Vertreter. Wenn Sie so sicher sind, zeigen Sie mir Beweise. Hm. Das Tunnelsystem dehnt sich aus. Zwei Tunnel parallel nebeneinander. Zusammen müssten wir das bewegen können. Ich bin soweit. Ja, super. Die Pistolen sind riesig groß, fällt mir gerade auf. Hier lang. Ja, genauso groß wie das Messer. Da ist der Ausgang. Halt. Hier ist jemand. Arbeiter stehen. Schnell! Entdeckung! Wer ist da? Ach. Fuck. Das hier ist Privatbesitz. Oh, ich wusste es doch. Hat mich in den Tunnel verirrt. Wer sind Sie? Ein weiterer Verirrter in dieser hellischen Stadt, wie mir scheint. Dürfte ich wohl fragen, wo bin ich? Blackwall Werft. Vereintes Indien-Docs. Meine Güte sind wir unfreundlich. Das ist nicht, wo ich dachte. Tja, gehen Sie dahin zurück, wo Sie herkommen. Zurück durch die Tunnel. Wäre doch vielleicht einfacher, die Straße zu nehmen, finden Sie nicht. Hauen Sie ab, los. Au. Keine Sorge. Er ruht sich nur aus. Obwohl ihm sein Kopf wohl noch etwas wehtun wird. Das glaube ich allerdings auch. Sehen Sie, da ist die Straße. Die Stadt baut das Flussufer aus. Hier ist ein Weichenstellhebel für die Gleise. Einfach mal ziehen. Jawohl. Helfen Sie mir mal. Das macht Trieb. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Bereit. Haufen Zeug, das du hier verschieben musst. Nur noch ein Stückchen. Wollen wir doch mal. Okay, hier geht es nicht weiter. Weiter. Passen Sie gut auf. Sieht gut aus. Geben Sie mir die Hand. Kein blöder Kommentar. Ja.